In diesem Video möchte ich mir PP-Filament etwas genauer anschauen. Dieses spannende Material verspricht neben guten mechanischen Eigenschaften einige weitere Besonderheiten wie Lebensmittelechtheit oder den Fakt, dass es überhaupt keine Feuchtigkeit zieht und somit unkompliziert gelagert werden kann. Polypropylen, oder kurz PP, ist einer der weltweit meistproduzierten Kunststoffe. Das ist unter anderem auf die guten mechanischen, thermischen und chemischen Eigenschaften zurückzuführen. Außerdem gilt es als hautverträglich und wird von der Pharmazie sowie im Lebensmittelbereich eingesetzt. Viele Verpackungen sind aus PP, was man an einem Recycling-Symbol mit der 5 erkennt. Dennoch genießt das Material in Bezug auf 3D-Druck, gerade im Hobby-Bereich, einen eher schlechten Ruf. Das hängt damit zusammen, dass PP im Grunde nur an sich selbst haftet, wodurch Standard-PEI- oder Glasdruckoberflächen ungeeignet sind. Und ja, ich habe versucht, PP auf so einer glatten Prusa-PEI-Platte zu drucken, da gibt es absolut keine Chance. Unter Hobby-Anwendern hat sich bereits vor Jahren der Tipp etabliert, handelsübliches Klebeband auf das Druckbett zu kleben, da dieses in der Regel aus PP besteht. Auch das habe ich ausprobiert. Das Material selbst haftet perfekt daran. Hier kommt jedoch der zweite relativ große Nachteil, nämlich das große Warping ins Spiel. Diese Verzugskräfte im Material sind stärker als der Kleber des Packbandes und je nach Größe und Fläche des Bauteils kann das zu starker Verformung oder sogar dem kompletten Fail des Druckes führen. Deswegen war ich umso glücklicher, als ich davon erfahren habe, dass sich die Firma PP Print mit genau diesem Thema beschäftigt. Sie bieten ein Rundum-Paket an, welches neben für den 3D-Druck optimiertes PP-Filament auch speziell entwickelte Druckbettunterlagen beinhaltet, an denen das Material perfekt haften soll. Dazu gibt es passende Pflegemittel. Was das Filament angeht, PP Print bietet zur Zeit drei verschiedene Arten an, die alle miteinander kompatibel sind. Das heißt, sie haften aneinander und können so durch Multimaterialdruck miteinander kombiniert werden. Zum einen gibt es klassisches PP, genannt P-Filament 721, in verschiedenen Farben sowie in Natur, Schwarz und Weiß. Außerdem gibt es PP mit Carbonfaser, kurz CF-Verstärkung, genannt P-Filament Carbon 411, was neue, spannende Eigenschaften verspricht, auf die wir gleich nochmal schauen werden. Für professionellere Anwendungen gibt es außerdem PP-Supportmaterial, das mit den anderen beiden PP-Filamenten kompatibel ist und sich im Anschluss durch Hitze vom Bauteil abziehen lässt. Um dieses Supportmaterial jedoch richtig nutzen zu können, benötigt man im besten Fall ein Dual-Extruder oder Tool-Changer-Drucker. Das sehr nette Team hinter PP Print war so freundlich, mir einmal eine große Auswahl ihrer Produkte zu schicken, um sie nun ausführlich für euch zu testen. Konkret haben wir normales PP in Rot und Schwarz sowie PP-CF, das aufgrund der dunklen Fasern ebenfalls schwarz ist. Dazu zwei Druckbettunterlagen, einmal das Premium P-Surface für Prusa MK3 bzw. MK4 und einmal in der Version zum Selbstaufkleben. Hier sind auch der benötigte Kleber und Werkzeuge, also ein Cuttermesser, solch ein Roller und eine Karte enthalten. Damit lässt sich die Oberfläche auf ein beliebiges Druckbett aufbringen. Im Shop von PP Print sind verschiedene Größen erhältlich. Außerdem gibt es dieses Reinigungsset, mit dem das Sheet von Verunreinigungen gesäubert werden kann. Nun aber zum Drucken des Materials. Begonnen habe ich mit dem normalen PP in Rot auf meinem Prusa MK4. Dafür habe ich das Premium P-Surface-Sheet auf das Heizbett gelegt, die Angaben für die Drucktemperaturen im Prusa-Slesser angegeben und den ersten Druck gestartet. Um ehrlich zu sein, muss ich zugeben, dass ich zunächst Zweifel hatte, ob der Druck wirklich gut haften wird und die Qualität stimmt. Diese Zweifel waren jedoch nach diesem nahezu perfekten Benchy komplett vergangen. Auch das Lösen vom Druckbett, in dem dieses auf 120 Grad Celsius aufgeheizt wird, hat perfekt geklappt. Daraufhin habe ich direkt alle Proben für die Tests ausgedruckt. Dann ging es auch schon zum PP-CF, wofür ich zunächst eine gehärtete Düse im Prusa installieren musste, da die Fasern abrasiv sind und die Standard-Messing-Düse so ziemlich schnell zerstört wäre. Daher habe ich eine E3D Oxidian V6-Düse mit passendem Adapter installiert. Dann lediglich die Temperatur im Slicer um knapp 15 Grad Celsius erhöht und schon konnte es wieder mit einem Benchy losgehen. Auch bei diesem Material habe ich keinerlei Beanstandungen, ganz im Gegenteil. Ein schöner Vorteil der Carbon-Fasern ist noch, dass kleine Fehler und Schichtübergänge durch die Fasern verwaschen werden und so eine sehr schöne matte Oberfläche entsteht. Nachdem auch hier alle Proben gedruckt waren, wollte ich ein größeres Beispielprojekt drucken und habe mich für diese Beispielauspuffrohre von Printables entschieden. Auch dieser Druck hat perfekt geklappt. Das Bauteil wiegt übrigens gerade einmal 52 Gramm, was auf die geringe Dichte von PP zurückzuführen ist. Auf genaue Werte gehe ich im Folgenden aber auch noch ein. Nun erstmal zu den mechanischen Eigenschaften, die ich mithilfe meiner selbstgebauten Testgeräte ermittelt habe. Mit dem Zugversuch lassen sich zwei interessante Eigenschaften untersuchen. Zum einen die reine Zugfestigkeit des Materials, also wie gutes Zugartigen, nach außen gerichteten Kräften widerstehen kann. Im Folgenden wird das als die Zugfestigkeit in XY-Richtung bezeichnet. Zum anderen lässt sich die Schichthaftung untersuchen, also wie gut die einzelnen, während dem Drucken gestapelten Layer aneinander haften. Dabei handelt es sich dann um die Zugfestigkeit in Z-Richtung. Auch sie ist je nach Beanspruchung der fertigen Bauteile sehr relevant. Für den Versuch habe ich dann jeweils vier dieser Proben liegend und vier stehend gedruckt. Dann mit meinem Zugversuch zerrissen, die Bruchfläche bestimmt und alle Messungen in einer Excel-Tabelle notiert. Hier wird mir im Anschluss automatisch die Zugfestigkeit in Megapascal, also Zugkraft pro Fläche, ausgerechnet und angezeigt. Hier seht ihr nun die Ergebnisse des normalen PP-Rot und des PP-CF. Wenn die Zugfestigkeit in XY-Richtung beim PP-CF leicht besser als beim normalen ist, sieht es bei der Schichthaftung ganz anders aus. Die Zugfestigkeit in Z-Richtung ist mit 23,8 Megapascal über 60% größer als die des Carbon-PPs. Der Vergleich zu anderen üblichen Materialien wie ABS oder ASA zeigt, dass gerade die Schichthaftung bei dem normalen PP heraussticht. Nun zum nächsten Versuch, und zwar meinem 3-Punkt-Biegeversuch. Hiermit lässt sich der Biegemodul als Maß für die Steifigkeit der Materialien bestimmen. Dafür habe ich aus beiden Materialien solche Biegebalken ausgedruckt. Diese werden im Versuchsaufbau über einen Ring beschwert, was mittig Kraft auf die Probe ausübt. Von oben lässt sich dann mit einer Messuhr relativ präzise bestimmen, wie weit die Probe durchbiegt. Mit einer entsprechenden Rechnung, die aus den Formeln für die Biegung und des Flächendrehkatz-Moments hervorgeht, lässt sich dann der Biegemodul im Megapascal bestimmen. Umso höher dieser Wert, desto steifer das Material und damit umso weniger elastisch verformbar. Der Vergleich zeigt, dass PP selbst nicht wirklich steif ist. Bei der Carbonfaser-Version hingegen sieht das ganz anders aus, da das Material durch die Fasern eben versteift wird. Konkret haben wir beim PP ein Biegemodul von 566 Megapascal und beim PP-CF ein Biegemodul von 4803 Megapascal, was gut 8,5 mal so groß ist. Diesen enormen Unterschied merkt man jedoch auch direkt schon an den Proben. Hier noch die Einordnung mit den restlichen Standardfilamenten. Mit einem Kerbschlagbiegeversuch lässt sich die Zähigkeit der Materialien untersuchen. Sie ist bei stoßartigen Belastungen relevant. Ein gutes Beispiel ist hier der Quadcopterrahmen, der auch mal gelegentlich abstürzt. Gerade Standardmaterialien wie PLA oder PETG sind nicht wirklich schlagzäh. PP hingegen jedoch schon. Der Test zeigt, dass PP mit 10 Kilojoule pro Quadratmeter eine gut doppelt so hohe Schlagfähigkeit wie normales PLA hat, was für einige Anwendungen sehr hilfreich sein kann. Nun noch zum Temperaturtest, bei dem ich untersuche, bei welchen Temperaturen gedruckte Proben thermoplastisch verformt werden können. Es ist wichtig, diesen Punkt zu kennen, gerade wenn die fertigen Bauteile Hitze ausgesetzt sind. Dafür verwende ich die Biegebalken vom 3-Punkt-Biegeversuch, nur mit 3 Perimetern und 25% Gyroid-Infill, um realistische Bauteile zu repräsentieren. Dann lege ich die Balken auf zwei Profile im Abstand von 100 mm und beschwere sie mittig mit etwa 9 Gramm schweren Muttern. Das Ganze kommt dann in den Backofen, welcher auf Umluft aufheizt. Im Anschluss wird der Punkt notiert, bei dem die Proben weich werden und unter dem Gewicht der Mutter einknicken. Es zeigt sich, dass PP ziemlich temperaturresistent ist und das, obwohl es nicht besonders heiß gedruckt werden muss. Die Temperaturbeständigkeit ist etwa vergleichbar mit der von Glasfaser-ABS und beim PP-CF liegen wir sogar nochmal etwas höher. Konkret wurde das normale rote PP bei knapp 100 Grad Celsius weich und ist dann bei 120 Grad Celsius eingeknickt. Beim PP-CF ist der Bereich um ca. 20 Grad verschoben, es wurde bei 120 Grad weich und ist dann bei ca. 140 bis 150 Grad Celsius eingeknickt. Wenn euch das Glasfaser-ABS näher interessiert, findet ihr hier auf meinem Kanal ein detailliertes Video. Nun aber noch ein paar weitere Eigenschaften und mögliche Anwendungen für PP. Das Material hat eine sehr geringe Dichte und zählt damit zu den leichtesten Kunststoffen. Für das PP von PP-Print wird eine Dichte von 0,9 Gramm pro Kubikzentimeter angegeben. Zum Vergleich, PLA hat eine Dichte von etwa 1,24 Gramm pro Kubikzentimeter und PETG liegt bei stolzen 1,38 Gramm pro Kubikzentimeter, was ca. 65% höher als die des PP ist. Damit eignet sich Polypropylen perfekt für die Herstellung leichter Bauteile, wie sie häufig im Modellbau benötigt werden. Außerdem gilt PP allgemein als lebensmittelecht, was bedeutet, dass es für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen ist. Allerdings muss man natürlich aufpassen, da während des Drucks, z.B. durch Rest in der Düse, Verunreinigungen in das Bauteil gelangen können. Dazu kommt, dass sich 3D-Druckbauteile kaum richtig reinigen lassen, da die kleinen Rillen zwischen den Layern Platz für Bakterien bieten, in die man kaum hereinkommt. Hier seht ihr eine Makroaufnahme einer Probe vom Zugversuch, die ich in meinem Praktikum bei CNC Kitchen mit Stefan gemacht hatte. Es zeigt sich, dass auch wenn das Bauteil von außen glatt aussieht, trotzdem Lücken zwischen den Schichten sind. Trotzdem kann PP in der Spülmaschine gereinigt werden. Das hängt unter anderem mit der chemischen Resistenz und hohen Temperaturbeständigkeit zusammen. Details müssen daher für jede Anwendung abgewogen und gegebenenfalls mit professionellen Tests untersucht werden. Ein konkretes Beispiel, das mir noch in Bezug auf die Spülmaschinenbeständigkeit einfällt, werden jedoch Ersatzteile für die Spülmaschine selbst, wie die Rollen der Wegen oder Halterungsgriffe. Eine weitere spannende Eigenschaft ist die bereits erwähnte chemische Resistenz. Eine Beispielanwendung sind Bauteile fürs Labor. Ich hatte z.B. vor ein paar Jahren mal das Projekt, ein Verbindungsrohr für eine Wasserstoffperoxidzufuhr zu drucken. Die Anforderungen an das Rohr waren einmal die chemische Resistenz und zum anderen ausreichende Festigkeit, da das Rohr an zwei Enden befestigt wurde und so Zugkräfte in quasi alle Richtungen wirken. Letzteres führte auch zum Scheitern des Projekts, da die Prototypen aus PLA und hauptsächlich ASA zerbrachen. Schwachstellen war die Schichthaftung. Rückblickend bin ich ziemlich sicher, dass dieses Rohr mit PP perfekt funktioniert hätte, weswegen ich es auch einfach mal so nochmal ausgedruckt habe. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, würde ich mich sehr über ein Like, Abo und netten Kommentar freuen. Aber auch Fragen oder Kritik sind in den Kommentaren sehr willkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf Yantek. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.